Nein! Nein, nicht! Nicht! Ich... Ich hab deine Bilder nicht verbrannt. Und das würde ich niemals tun. Mehr bleibt mir nicht von hier. Und wenn du sie verbrennst, dann bleibt mir nur Asche. Nein, ich muss dir wehtun. Ich war das nicht. Ich kann das klären. Ich schwöre bei meinen Eiern, das werde ich. Ich kann es klären. Okay? Okay. Okay. Du hast dich nicht verloren. Das solltest du wissen. Erzählst du mir jetzt, welche Scheiße hier abging? Was das alles bedeutet? Du könntest mich begleiten. Einen neuen Weg folgen. Deinem Weg? Das Angebot steht. Ich werde mal wieder vorbeikommen. Und vielleicht... ...hast du was zu teilen. ...hast du was zu teilen. ...hast du was zu teilen. Uh... Was ist das immer so.